Ich sehe gerade, dass Ralf Kabelka von der Heute-Show hier ist. Dem sagen wir mal ganz schnell Hallo. Herr Kabelka, wie ist es denn bei der Jungen Union? Bei der Jungen Union ist es immer total stark. Ich bewundere euch, diesen Mut, diesen Spirit. Und wir sprechen uns gleich noch, Tillmann, ne? Ja, Tillmann kommt jetzt auf jeden Fall gleich. Wie ist es denn, wenn man jetzt einfach mal so vor die Kamera gezogen wird, wie das die Heute-Show sonst immer macht? Ich finde das wundervoll. Ich verstehe auch gar nicht manchen hier auf dem Parteitag, der irgendwie keine Lust hat, mit der Heute-Show zu reden. Ich verstehe das überhaupt gar nicht. Ne, das ist voll nett eigentlich. Wir sind total nett. Wir stellen total kritische, normale Fragen. Jetzt mach mal weiter hier. Ich muss ja hier auch... Werden Sie jetzt nervös? Das ist immer so, wenn es dann immer weitergeht und die Kamera weiterläuft. Ich werde nicht nervös, aber wer bin ich schon? Ich bin ein ganz einfacher Mensch, ein ganz einfacher Berichterstatter. Mehr bin ich doch gar nicht. Ne. Und was war das Investigativste, was Sie rausgefunden haben bis jetzt? Dass Friedrich Merz ein bockstarker Typ ist, der jedes Jahr zuverlässig abliefert. Super. Vielen Dank für Ralf Kabelka aus der Heute-Show. Jetzt sind wir wieder zurück. Herr Brinkhaus, tut mir leid, aber die Chancen muss ich jetzt nutzen, wenn man einmal die Heute-Show auch mal vor die Kamera ins Live-Fernsehen ziehen kann.